Ende März 1996 wurde mein Vater entführt und 33 Tage später nach Zahlung eines Lösegelds in Höhe von 30 Millionen Mark freigelassen. Ich war damals 13 Jahre alt und irgendwann war das Bedürfnis, diese Geschichte zu Papier zu bringen und irgendwie wegzuschreiben, so groß, dass ich einfach angefangen habe. Untertitelung des ZDF, 2020